Ich halte diese Argumentation, dass wir mehr Geld für Flüchtlinge ausgeben als für die Förderung für Deutschen, für ein populistisches Argument, das gezielt gestreut wird und das wahr jeder Kenntnis ist. Keiner hat durch die Flüchtlinge auf seine Rente, keiner auf Sozialleistungen, keiner hat auf Förderung bisher verzichten müssen. Das, was wir für Flüchtlinge ausgegeben haben, sind mehr Gelder, die wir eingenommen haben, ohne dass es zulasten anderer Zielgruppen gegangen ist. Es kann sein, dass in der öffentlichen Debatte der Eindruck entstanden ist, weil nun mal die Unterbringung der Flüchtlinge und die Integrationsbemühungen stärker im Fokus der Öffentlichkeit gestanden haben. Aber es entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben keine Einschränkungen vorgenommen und es wird nicht weniger ausgegeben für die Menschen, die hier leben.